Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum vorletzten Video meiner Verlagsvorschauen-Reihe. Heute soll es um den Fischer Verlag gehen, wie ihr unschwer erkennen könnt. Und vorab vielleicht noch als Info, ich hatte ja bei den ersten drei Videos noch so einen kurzen Abschnitt von mir gefilmt, wo ich euch sage, um was für Vorschauen es heute geht. Diese Videos habe ich gelöscht, versehentlich, für das letzte und vorletzte Video. Ich bin momentan ziemlich schnell im Löschen und habe vergessen, dass ich diese zwei Videoabschnitte ja noch brauche und habe sie komplett gelöscht. Deswegen gibt es jetzt quasi mich nicht nochmal als Intro, sondern nur per Stimme für die letzten beiden Videos. Aber ich denke, das ist jetzt nicht allzu schlimm. Ja, also es soll heute auf jeden Fall um den Fischer Verlag gehen. Dann soll es heute noch um den Drömer-Knauer Verlag gehen. Da möchte ich euch gerne noch was zeigen. Und dann sollte es eigentlich auch noch um den Oettinger Verlag gehen. Aber wie ihr hier unschwer erkennen könnt, gibt es noch kein Programm für Herbst 2018 oder Frühjahr 2019. Weswegen wir den Oettinger Verlag da leider rausstreichen müssen und deswegen heute nur Fischer und Drömer-Knauer uns genauer angucken. Und ja, tut mir leid, aber wenn nichts da ist, kann ich euch nichts zeigen. Aber ich denke, das versteht ihr. Und wir fangen jetzt an mit dem Fischer Verlag. Ich habe da einmal rausgesucht Fischer Tor, Fischer FJB und Fischer Kinder- und Jugendtaschenbuch. Die anderen Vorschauen, wenn die euch hier interessieren, wie immer gilt, Link ist unten in der Infobox. Dann klickt da einfach nochmal drauf, dann könnt ihr euch die ganzen Vorschauen hier auch einzeln nochmal angucken, die es hier noch mitgibt. Denn wie gesagt, wenn wir die jetzt alle durchgehen würden, wären wir nächstes Jahr noch nicht fertig. Deswegen gibt es jetzt die drei vom Fischer Verlag erstmal und danach kommen wir zu Drömer-Knauer. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Thor, Herbst 2018. Ja, Thor, Herbstprogramm 2018. Ich finde, das sieht schon mal richtig vielversprechend aus hier. Und da geht es um Mortal Engines oder Engines. Ich habe wieder keine Ahnung, wie man es ausspricht. Das ist das neue Buch von Philip Reeve. Das erscheint jetzt am 24. Oktober und der zweite Teil am 28. November. Und ich glaube, das war das Buch, wo auch der Film ins Kino kommt, jetzt Ende des Jahres. Da geht es, glaube ich, um fahrende Städte, wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn das jetzt der ist und ich mich nicht komplett täusche. Ja, genau, Filmberichterstattung, genau, das müsste das sein. Also da geht es um so fahrende Städte. Da gibt es auch schon einen Trailer, den fand ich richtig cool. Wenn euch das interessiert, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ja, wie gesagt, dieses Buch erscheint auf jeden Fall am 24. Oktober und der zweite Teil dann am 28. November. Dann haben wir hier von Ursula K. Leguen, RC, die illustrierte Gesamtausgabe. Das ist wahrscheinlich hier die Geschichte vom RC. Ist das das? Ich bin da immer nicht so up-to-date. Ich glaube, das gab es schon. Jetzt gibt es halt als illustrierte Ausgabe. Das kann mich jetzt auch völlig täuschen, das ist jetzt irgendwas anderes. Aber hier steht vollständige Neuübersetzung zu 50-jährigem Jubiläum. Also wird das das sein mit der Legende vom RC. Und ja. Was will man dazu noch anderes sagen? Kommt auf jeden Fall auch im Oktober mit raus, falls euch das interessiert. Dann haben wir hier Deutschlands Fantasy-Autor Nummer 1 setzt eine neue Erfolgsserie fort. Bernhard Hennen. Und zwar die Chroniken von Azur, die Weiße Königin. Aha. Also wer das von euch kennt, kommt im Oktober der neue Teil raus. Ach ne, hier steht, erscheint am 26. September. Naja, ist ja fast Oktober. Dann haben wir hier von John Scalzi Frontal. Der zweite Teil vermutlich zu Kollaps, wenn das hier mit steht. Erscheint am 24. Oktober für alle, die es interessiert. Oh, das sieht ja echt gruselig aus. Sie war auf der anderen Seite und hat das Grauen mit zurückgebracht. Ach so, das klingt ja immer schon, ne? Das klingt ja eigentlich richtig gut. Ach, Mats Strandberg. Ah, gucke, das Heim. Okay, scheint sehr, sehr vielversprechend zu sein. Ich habe von Mats Strandberg noch das eine Buch hier stehen. Wer ist es denn? Zirkelfeuer Schlüssel, diese Reihe. Das ist ja von Mats Strandberg und noch jemandem zusammengeschrieben worden. Die müsste ich auch irgendwann mal lesen, Sitter. Dann haben wir Mark Lawrence Waffenschwestern. Das erste Buch der Ahnen. Das ist auch, denke ich mal, High Fantasy, würde ich jetzt so auf den ersten Blick sagen. Der Atem einer anderen Welt von Thinan McGuire. Was ist das? Eleanor Wests Haus für Kinder auf Abwägen ist ein ganz besonderes Internat. Hier werden Jungen und Mädchen unterrichtet, die einmal in einem Kleiderschrank oder hinter einem Gebüsch im Garten das Tod zur anderen Welt entdeckt haben. Welten voller Magie, voller Nonsens und Poesie. Aber egal, ob sie die stillen Hallen der Toten besucht haben oder eines der bunten, chaotischen Zauberländer, in denen man auf einen Regenbogen Schlittschuh fahren konnte. Sie alle mussten ihre Heimat irgendwann verlassen und sie alle sehnen sich nach jener anderen besseren Welt und fragen sich, gibt es einen Weg zurück? Ich finde, das klingt eigentlich ganz vielversprechend. Klingt mal nach einem echt anderen Ansatz. Eine außergewöhnliche Geschichte, die ich hier gelesen habe, so unfassbar gut, dass es wehtut. Klingt doch eigentlich sehr, sehr vielversprechend. Dann haben wir hier Wiedergeburt einer Kultfigur. Ein neuer Anfang für John Sinclair. Dead Song von Dennis Erhard. Dann haben wir hier Sinclair Underworld. Dieses Buch hier erscheint auf jeden Fall am 23. Januar. Und damit sind wir auch schon am Ende von dieser Vorschau. Mehr war es gar nicht, oder? Ja, das ist das Ende. Dann machen wir weiter mit Fischer-Jugendbuch, Herbst 2018. Und ich denke, dieses Cover dürften wir alle schon mal irgendwo gesehen haben. Das ist das von Children of Blood and... Wie heißt das? Blood and Bone oder sowas. Wir werden es gleich sehen. Ja, fangen wir aber an mit Dark Palace. Zehn Jahre musst du opfern. Ich glaube, dieses Buch habe ich auch angefragt. Ich glaube, dieses Buch bekomme ich auch. Ich finde, das klingt richtig gut. Und zwar ist das so, in England muss jeder, der nicht zum Adel gehört, zehn Jahre Sklavenarbeit leisten. Wann er diese zehn Jahre Sklavenarbeit leistet, ist seine Sache. Also das dürfen die sich aussuchen. Und in diesem Buch geht es um Luke und seine Familie will diese zehn Jahre zusammen durchstehen und bewerben sich am Hof der mächtigen Herrscherfamilie. Doch leider ist es so, dass Luke getrennt wird von seiner Familie und in eine Arbeiterstadt kommt, in eine Fabrikstadt. Und er ist dann halt quasi auf sich allein gestellt. Und hier steht noch, Und er schließt eine gewagte Freundschaft mit Rebellen, die den Umsturz planen. Aber wen hat es schlimmer getroffen? Luke oder seine Schwester Abby, die der gefährlichen Magie und den eiskalten Macht spielen, der Jardins ausgesetzt ist und ihr Herz an den Falschen verliert. Ja, ich finde, das klingt auf jeden Fall nach einem sehr interessanten Ansatz. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Und ja, erscheint auf jeden Fall jetzt im August noch mit. Und warum habe ich jetzt hier die August verschaut? Ist August schon Herbst? Ich weiß es nicht. Dann haben wir hier von Cat Clark Gefährliche Freundinnen. Klingt nach so ein bisschen Pretty Little Liars, würde ich jetzt auf den ersten Blick sagen. Ja, keine Ahnung. Kann ich jetzt nicht mehr weiter dazu sagen. Ich sage mir jetzt nichts. Dann haben wir von Mareike Niekamp Nur in der Dunkelheit leuchten die Sterne. Sie war meine beste Freundin. Sie war mein Ein und Alles und ich habe sie verloren. Eine unvergessliche Freundinengeschichte von Verlust, Hoffnung, Verrat und der Suche nach der Wahrheit. Klingt eigentlich ja auch ganz nett. Ach ja, der Kai Meier, der Pack der Bücher. Da freut sich Annika schon ganz, ganz doll auf dieses Buch. Das ist ja ein weiterer Teil zu die Seiten der Welt. Also es gehört zu die Spur der Bücher. Und alle Kai Meier-Fans dürfen sich da auf den September auf jeden Fall schon freuen. Dann als Taschenbuch. Letztendlich geht es nur um dich. Das ist ja der zweite Teil zu Letztendlich sind wir dem Universum egal. Ja, wie gesagt, kommt jetzt als Taschenbuch nochmal mit raus. Nächstes Jahr im Mai, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Dann haben wir Children of Blood and Bound. Genau, so hieß dieses Buch. Und dieses Buch erscheint jetzt im Juni. Also ist jetzt schon im Juni mit erschienen. Ich habe keine Ahnung, warum es in der Herbstvorschau ist. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber das Buch ist auf jeden Fall derzeit ja in aller Munde. Ich bin mal so auf die ersten Meinungen gespannt, wenn die dann so raus sind. Mal gucken. Klingt auf jeden Fall nicht schlecht, aber ist jetzt kein Buch, das ich unbedingt lesen möchte. Und ja, damit wären wir auch hier schon am Ende. Scrollen wir mal wieder hoch. Tada. Dann eine weitere Vorschau. Ich freue mich schon auf dieses Buch. Ich finde das Cover mega cool, muss ich mal sagen. Herbst 2018 Paperback und Taschenbuch. Und zwar fangen wir dann einmal an mit der Paperback-Ausgabe zu vollendet, die im August erscheint. Freue ich mich schon mega drauf. Vor allen Dingen soll ja jetzt auch diesmal endlich der vierte Teil mit übersetzt werden. Und ja, ich habe ja vollendet von den Schustermann den ersten Teil gelesen. Das habe ich ja hier noch als Hardcover gehabt und fand ich richtig, richtig gut. Dieses eine Kapitel war, oh, das war so krass. Das war so krass. Und ja, ich habe aber die weiteren Bücher mir dann nicht mehr besorgt, weil ich ja wusste, dass die nochmal als Paperback rauskommen. Und ich werde mir dann den zweiten als Paperback holen. Und wenn ich die Reihe weiterlese, werde ich mir den ersten Teil dann auch nochmal als Paperback holen. Aber ich warte erst mal ab. Und ja, freue mich auf jeden Fall schon auf die Neuauflage von vollendet. Dann haben wir hier Liebe ist so scheiß kompliziert von Sabine Schoder. Sagt mir jetzt so gar nicht. Gucken wir uns einfach mal weiter an, würde ich sagen, wenn das hier nochmal irgendwo kommt. Ach ja, hier, genau. Dann gibt es auch noch Liebe ist sowas wie... Ah, Liebe ist was für Idioten, nämlich das sagt mir was, der Titel. Und das gehört dann wahrscheinlich so zusammen, dass diese beiden Bücher jetzt auch als Taschenbuch erscheinen. Das sind beides Bücher, die am 22. August erscheinen. Also für alle, die es interessiert, 22. August. Dann Selection als Taschenbuch. Der vierte, fünfte Teil. Ich muss sagen, ich mag das Cover nicht. Ich weiß nicht. Ich finde die Cover von den ersten vier Teilen richtig schön, aber das hier mag ich irgendwie nicht. Bricht mich nicht an, keine Ahnung warum. Dann Kira Cass Selection Stories kommt nochmal als Taschenbuch in einem Sammelband quasi. Beide Bände, die es da gibt zusammen. Dann haben wir hier Mr. Neal Shusterman. Ach, der schreibt so gut, der Mann, ne? Nochmal und dann sehen wir hier schon verendet den ersten und den zweiten Teil. Ich glaube, der zweite Teil kommt im Oktober. Kommt er dann mit raus, muss ich mir auf jeden Fall holen. Ich will wissen, wie das weitergeht. Wie gesagt, ich fand den ersten so mega gut. So, so gut. Ich freue mich schon so auf den zweiten. Hihihi. Und was haben wir hier jetzt noch? Aha. Bücher über Minecraft. Okay. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert mich jetzt nicht wirklich. Und ich glaube, damit sind wir auch fast am Ende. Dann haben wir hier noch Perfect Match von Beth Ellen Summer. Die romantischste Social Media Love Story seit Girl Online. Ich schätze mal, das ist so eine süße, niedliche Liebesgeschichte. Dann haben wir hier noch zwei Kinderbücher, würde ich jetzt einfach mal sagen. Die genial gefährliche Unsterblichkeitsschokolade. Und LOL. Das meiste Witzebuch der Welt. Okay. Das interessiert mich nicht wirklich. Dann haben wir hier Map of Magic. Ist auch ein Kinderbuch. Deutsche Erstaufgabe als Klappbroschur. Das ist jetzt, würde ich mal sagen, der vierte Band, wenn ich das jetzt hier so richtig sehe. Band eins, zwei, drei. Dann müsste das ja der vierte Teil sein. Ich habe ehrterweise von dieser Reihe noch nichts gehört. Aber vielleicht kennt es ja der ein oder andere von euch. Erscheint auf jeden Fall im Oktober. Und dann haben wir im Dezember Atlanta Läuferin, auch ein Jugendbuch. Und dann haben wir hier nochmal ein Taschenbuch, Jakob und die Hempels und ein Sofa. Und dann sind wir damit auch am Ende. Damit wären wir bei Fischer Verlag auch durch. Damit kommen wir mal zu Drömer Knauer. Und hier habe ich mir überlegt, dass wir einmal uns Fantasy Science Fiction Herbst angucken. Und dann noch Taschenbuch, Knauer Herbst 2018. Ich weiß nicht, was genau jetzt wo drin ist. Ich habe vorhin schon mal so grob durchgeblättert. Vielleicht können wir uns auch noch das normale Taschenbuch Drömer angucken. Also dass wir uns Drömer und Knauer angucken. Ich glaube, die sind jetzt auch nicht so mega lang die Vorschau, dass das Video jetzt auch nicht wieder den Rahmen sprengt. Denn wie gesagt, Oettinger Verlag haben wir ja sowieso nicht. Der fällt ja raus. Und deswegen können wir uns bei Drömer und Knauer ja eins mehr angucken, würde ich sagen. Und wir starten aber mal mit Fantasy und Science Fiction. So, und dann sollte ich vielleicht auch wieder zurück auf die erste Seite scrollen. So. Fantasy, Science Fiction, Hardcover, Paperback und Taschenbuch. Und ich würde sagen, gucken wir mal rein. Das erste Buch, was wir hier haben, ist direkt von Maggie Stiefvater, Die Eulen der Nacht. Kommt im November raus. Ich habe von Maggie Stiefvater nach dem Sommerrot das Licht in deinen Augen gelesen, diese Reihe. Und ich muss sagen, dass die mir damals gut gefallen hat. Ich fand es nur so ein bisschen ruhig erzählt. Aber an und für sich mochte ich die Bücher schon. Und ja, ich bin mal gespannt auf Wie Eulen in der Nacht. Dann haben wir hier von Markus Heitz, Vedora, würde ich jetzt einfach mal aussprechen. Es ist Dark Fantasy und erscheint im Dezember. Dann von James Islington, Das Echo der Zukunft, die Licanius Saga 2. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall High Fantasy, würde ich sagen. Gucken wir mal, klassische Fantasy steht hier. November 2018 erscheint dieses Buch, auf jeden Fall. Dann von Daniel H. Wilson, Die Dynastie der Maschinen. Das ist Irm Fantasy. Er klingt auf jeden Fall eigentlich ganz nett. Hm, klingt spannend. Die Dynastie der Maschinen sollte man sich vielleicht auf jeden Fall mal merken. Mal gucken, ob ich es mir merke. Hm, bestimmt nicht. Ich merke mir sowas immer nicht. Ach, vor allem kommt es aus dem Februar raus. Dann haben wir hier ein Buch, auf was ich mich schon mega freue. Und zwar, Das Gold der Krähen erscheint am 3. September. Und ich kann schon sagen, dass ich das Buch auf jeden Fall vom Verlag bekomme. Freue ich mich mega drüber auf den zweiten Teil. Ich habe das Lied der Krähen letztes Jahr so geliebt. So ein gutes Buch. Und ich bin schon so gespannt, wie es mit Cass und seinen sechs Krähen weitergeht. Und ja, schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf Das Gold der Krähen. Und ah, I'm so happy, wenn es dann im September erscheint. Die Sprache der Dorn von Leibardugo ist ein Buch, was quasi zu Das Lied der Krähen gehört. Denn in diesem Buch gibt es sechs Kurzgeschichten, die als Legende in Das Lied der Krähen erzählt werden. Also es sind Geschichten aus Das Lied der Krähen und Das Gold der Krähen. Und diese sechs Geschichten werden in diesem Buch erzählt. Ich bekomme dieses Buch auch netterweise vom Verlag. Da habe ich schon angefragt und bin schon sehr, sehr gespannt auf diese Kurzgeschichten. Ich bin gespannt, was Leibardugo sich da ausgedacht hat. Ich freue mich schon mega. Dann haben wir hier Rettung oder Untergang. Das Ende ist gekommen. Von James M. Hugh. K-Ship. Die Letzten der Erde. Klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Ist anscheinend der dritte Teil. Erscheint auf jeden Fall im Oktober. Und dann haben wir von Patrick S. Tomlinson. The Colony. Ein neuer Anfang. Erscheint im Dezember. Kann jetzt auch sein, dass das vielleicht der zweite Teil ist. Ich habe keine Ahnung. Ich bin da bei Science Fiction immer nicht so angebunden und richtiger High Fantasy. Ich lese ja mehr Jugendbücher. Dann haben wir von Diana Wynne-Jones. Fauler Zauber. Humorvolle Fantasy. Da haben wir es wieder. Humorvolle Fantasy. Vielleicht probiere ich das mal aus. Vielleicht ist das ja was für mich. Ich finde das Cover auf jeden Fall cool. Gefällt mir. Und dann haben wir noch von Ken Liu. Seidenkrieger. Die Götter von Dara. Das ist klassische Fantasy. Es scheint auch der zweite Teil zu sein. Das Buch erscheint im Oktober. Und das hier im Januar. Dann haben wir wieder Markus Heitz. Ritus Sanktum Blutportale. März 2019. Ich schätze mal, diese Bücher kommen als Taschenbücher nochmal raus. Deswegen stehen sie hier. Alle Markus Heitz Fans erscheint im März 2019. Dann haben wir hier Blutgesang von Julia Lange. Das Buch klingt eigentlich ganz gut. Ist klassische Fantasy. Ja, erscheint auf jeden Fall im Februar. Mal gucken. Vielleicht schreibe ich es mir mal mit auf. Und ich glaube, damit sind wir auch dann hier bei Science Fiction Fantasy durch bei Drömer Knauer. So. Okay, ihr Lieben. Machen wir mal weiter mit Knauer Bölle Tristik Taschenbuch. Ich habe jetzt diese Vorschau einmal runtergeladen, weil die gerade extrem gehangen hat, wo ich die durchgeblättert habe. Aber sie hängt jetzt auch hier bei dem, was ich runtergeladen habe. Also wir müssen mal gucken, wenn wir das langsam machen, vielleicht geht es ja dann. Wenn nicht dauert das jetzt hier Stunden, weil das hier sind 108 Seiten. Und da wollte ich einfach mit euch nochmal kurz durchgucken. Aber wenn das hier hängt, dann weiß ich auch nicht, wie wir es machen. Also wir probieren das jetzt einfach mal. Das ist alles nur so Werbung. Wenn wir das ganz langsam machen. So ganz langsam. Das ist auch alles Werbung. Genau, ich glaube, hier geht es los mit dem Thriller von Joseph Knox. Dreckiger Schnee. Dann kommt jetzt hier noch ein Bild des Autors. Und ich muss sagen, der sieht ganz nett aus, der Autor. So an dieser Stelle. Und ja, okay, es hängt nicht. Das geht alles noch um dreckiger Schnee. 150 Millionen Seiten. Dann haben wir hier von Val McDermott das neue Buch. Rachgier. Sieht auch ganz nett aus. Ihr wisst, Thriller ist jetzt nicht so meine Welt. Das ist nochmal die Autorin. Und dann haben wir hier noch so eine Übersichtsseite. Dann haben wir hier Mädchen aus dem Moor von S.K. Thremaine. Scheint zu diesen beiden Büchern irgendwie mit zu gehören. Keine Ahnung. Ich kenne mich mit Thriller überhaupt nicht aus. Das ist auch nochmal der Autor. Und dann haben wir nochmal Mädchen aus dem Moor. Also falls euch die Bücher interessieren, ihr müsst euch das aufschreiben. Ich blattere jetzt hier einfach nur einmal so durch, damit wir irgendwie fertig werden und nicht noch morgen hier sitzen. Dann haben wir von Chris Holm das Teufelsvollstrecker. Sieht ja auch irgendwie nicht ganz nett aus mit dieser Waffe hier vorne drauf. Dann haben wir Wolf, Serno, die sieben Todsünden. Dann haben wir hier sowas Richtung Romance. Und zwar einmal One Dream von Lauren Blakely. Oh, Lauren Blakely kenne ich doch. Verboten und verführt, verliebt in den Boss. Hm, klingt eigentlich auch ganz nett. Ja, erscheint. Wann erscheint das Buch? Steht hier nicht. Deutsche Erstaufgabe aus dem Amerikanischen. Huh. Ja. Ach ja, 1.8. Seht ihr? 1.8. Lauren Blakely, One Dream. Hier unten steht es in Rot. Tata. Dann haben wir von Lauren Blakely One Love. Das ist dann wahrscheinlich der zweite Teil. Er erscheint am 3.9. Ich schätze mal, das ist wieder so eine Reihe, wo man die Bücher unabhängig voneinander lesen kann, die aber irgendwie zu einer Reihe gehören. Und dann haben wir von Sabine Ebert, Schwert und Krone, Meister der Täuschung, erscheint auch am 3.9. Das ist auch nochmal alles das Buch. Dann haben wir ab 11. Oktober im Kino, Fizek und, ich kann den Namen nicht aussprechen, Stodos, wie heißt das Buch? Abgeschnitten. Okay, wurde verfilmt. Dann haben wir die Elemente für eine erfolgreiche... Achso, okay. Überblättern wir das. Dann haben wir Alex... Ne, Axel Petermann und Klaus Cornelius Fischer, die Elemente des Todes. Ein True Crime Thriller. Dann haben wir nochmal Romance, Lost in a Kiss von Katie Wilde. Young Romance, Outdoor Love. Atemberaubende Love Story auf einem Roadtrip durch die raue Schönheit Origins und Kaliforniens. Klingt ja eigentlich ganz süß, erscheint am 1.10. Dann die Rose des Herzogs von Marita Spang, erscheint am 2.11. Der Buchladen der verlorenen Herzen, erscheint am 1.10. Und irgendwie ist die Qualität hier schlecht. Ich weiß nicht, irgendwie ist das hier alles total verzerrt. Bei manchen, nicht bei allem. Sehr, sehr merkwürdig. Dann haben wir Vanessa Savage, Mörderhaus, erscheint auch am 1. Oktober. Hauptsache der Baum brennt, von Sina Bärwald, erscheint auch am 1.10. Ein bisschen Magie und viel Humor, eine zauberhafte Familienkomete zum Fest der Liebe. Klingt ja eigentlich auch ganz süß. Dann haben wir Makronen, Nistel und Meuchelmord, 24 Weihnachtskrimis. Das kann man bestimmt wieder wie so ein Weihnachtskalender lesen. Dann von Danny Atkins, das Leuchten unserer Träume, erscheint ebenfalls am 1.10. Dann haben wir hier noch von Danny Atkins, die Nacht schreibt uns neu. Die Achse meiner Welt, der Klang deines Lächelns und sieben Tage voller Wunder. Diese Bücher sind alle schon erschienen. Dann haben wir Oma tanzt auf Wolke 7 von Regine Kölping. Erscheint auch am 1. Oktober. Dann von Mairi McFarlane. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Namen ausspricht. Sowas kann auch nur mir passieren. Scheint, denke ich mal, auch so Richtung Chiclet zu gehen. Erscheint auf jeden Fall am 2. November. Das ist alles wieder so Marketingkram, das interessiert uns ja nicht. Dann von Hannah Kaspian. Gut Greifenau Abendglanz erscheint am 2. November. Dann Gut Greifenau Nachtfeuer erscheint am 3. Dezember. Das ist eine Familiensaga im Übrigen. Dann Rosenmontagstod ist ein Kriminalroman von Thomas Fuchs. Erscheint am 2. November. Dann Backstage Love Unendlich Nah von Liv Keane. Erscheint am 2. November. Okay, ein Bad Boy, wie in sich jede junge Leserin erträumt mit Ecken, Kanten und einer ungeahnt gefühlvollen Seite. Klingt ja eigentlich ganz nett. Sollte man sich mal aufschreiben. Backstage Love Unendlich Nah. Dann die Entführung der Wanderapothekerin von Innie Lorenz erscheint am 3. Dezember. Kenne ich mich so überhaupt nicht mit aus mit sowas. Kann ich nichts zu sagen. Dann haben wir Morgen ist es Liebe von Monika Mayfeld. Erscheint ebenfalls am 3. Dezember. Scheint auch wieder so eine süße Liebesgeschichte zu sein. Dann von Oliver Menard, der Kratzer, ist auch 1. Rural, erscheint am 3. Dezember. Dann das Dunkle Herz der Welt von Liliana Lehingrad. Oh Gott, ey. Scheiße, ich unnahm, ne? Erscheint auf jeden Fall am 1. Februar 2018. Ja, keine Ahnung, was das jetzt ist, ob das jetzt historisch ist, ob das Fantasy ist, aber hier steht irgendwas mit 15. Jahrhundert, also eher historisch. Dann die Blutchronik wird dann, denke ich mal, auch mit zu dem ersten gehören, was wir eben gesehen haben. Erscheint am 3. Dezember 2018. Dann haben wir von Sascha Wesley Outback Dreams, soweit die Liebe reicht. Die Liebesgeschichten von Wille und Tom, zwei Herzens, zwei Farben und die Vision einer gemeinsamen Zukunft. Klingt süß. Erscheint am 3. Dezember. Dann Preston & Child, Obsidian, Kammer des Bösen. Ich habe eine Freundin, die ganz, ganz großer Preston & Child Fan ist. Das Buch erscheint am 11. Januar. Muss ich ihr gleich mal sagen, dass da ein neues Buch kommt. Dann haben wir von Isabel Moorland, Der Herzschlag der Steine. Erscheint ebenfalls am 11. Januar. Dann von Jean Wagnol. Ich habe keine Ahnung, ob man das ausspricht. Kommissier Marsan und die Spur der Kursen. Kriminalroman, genau, wollte ich gerade sagen. Klingt irgendwie nach Kriminalroman. Erscheint ebenfalls am 11. Januar. Dann von Mac Pilon, Das Banner des Löwen. Scheint Fantasy oder irgendwie sowas zu sein. Ich habe keine Ahnung. Erscheint auf jeden Fall, das hier am 11. Januar 2019 und das hier am 1. Januar 2019. Dann von Antje, ich kann ihren Namen nicht lesen, Silat. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche. Herz am langen Zügel. Auch wieder romantische Komödie steht hier oben. Erscheint auch am 11. Januar. Gott, ich kann nicht mehr lesen. Dann Flugangst von Sebastian Fitzek. Schätze ich mal als Taschenbuch, denn das Buch gibt es ja schon. Erscheint dann auch mit Januar, wenn ich das jetzt gerade eben richtig gesehen habe. Dann von D. Morrissey, Himmel über roter Erde. Erscheint am 1. Februar. Auch wieder herzerwärmender Roman über Heimkehrfamilie und den langen Schatten eines alten Unrechts. Klingt nach Familienbuch, also so Familienroman. Dann Gleisender Tod von Wolfgang Bürger und Hilde Artmeier. Ist ein Thriller. Erscheint am 1. Februar. Dann Lavendeltod von Carine Bernat. Erscheint auch am 1. Februar 2019. Dann Daniel Holbe, Sühnekreuz. Erscheint am 1. März 2019. Dann haben wir von Lili Oliver, Du und ich, ein letztes Mal. Erscheint am 1. März 2019. Dann haben wir Fräulein Zeisig und der frühe Tod von Kerstin Kanz. Kanz oder Kunz? Erscheint auch am 1. März 2019. Dann Patricia Schor, Weites, Wildes Land. Erscheint auch am 1. März 2019. Dann haben wir von Silke Schütze, wir nannten es Freiheit, Berlin 1916. Also auch wieder so ein bisschen historisch, jetzt nicht so ganz so weit historisch, aber so ein kleines bisschen würde ich jetzt sagen. Erscheint am 1. März 2019. Dann Kräentod von Katja Bonet. Ist auch ein Thriller, erscheint am 1. März 2019. Und damit sind wir hier am Ende. Okay, jetzt haben wir hier noch die Drömer Verlagsvorschau. Gucken, ob die jetzt wieder lädt. Die lädt auch sehr, sehr langsam. John Katzenbach. Gucken wir mal, ob wir das Buch irgendwie groß haben noch. Oh Gott, das lädt alles so ewig. Ist schon mal der Herr Katzenbach? Hier, John Katzenbach, der Verfolger, ist ein Psycho-Thriller und erscheint wann? Im Januar 2019. Dann haben wir die Zügellosen von Colin Harris. Ich muss sagen, dass ich das Cover ganz cool finde. Das Buch erscheint am 3. September 2018. Dann haben wir Schätzle allein zu Haus von Elisabeth Kabatek. Klingt noch einem romantisch lustigen Buch, würde ich jetzt einfach mal sagen. Erscheint auf jeden Fall am 1. Oktober 2018. Dann Don Winslow. Frankie Machine. Erscheint im Oktober 2018. Ich habe keine Ahnung, in was für eine Richtung dieses Buch gehen könnte. Kriminalroman, Thriller oder sowas. Hier steht jetzt nur Roman. Ich habe keine Ahnung. Sagt mir so gar nicht. Dann haben wir von Eustenborg, Hinterhalt. Das ist auch ein Kriminalroman. Erscheint im Oktober auch mit. Dann haben wir von Tanja Kinkel, Grimmsmorde. Historischer Kriminalroman steht hier auch. Dieses Buch erscheint am 2. November. Also wer gerne sowas liest, schreibt es euch auf. Dann haben wir Schneekönig von Max Bronski. Ist auch ein Kriminalroman. Erscheint am 2. November. Dann haben wir von Judith W. Ich weiß jetzt nicht, wie man diese Frau ausspricht. Das Buch heißt auf jeden Fall David. Erscheint am 3. Dezember. Und ein bewegender Roman über drei Menschen, deren Schicksal eng miteinander verbogen ist. Dann haben wir von P.D. James. Ein Spiel zu viel. Erscheint am 3. Dezember. Ist auch ein Kriminalroman. Eine Kultreihe. Okay, ich bin bei Kriminalromanen so überhaupt nicht irgendwie up to date. Weil sowas lese ich ja gar nicht. Und ja, hier kommen jetzt auch nochmal die anderen Bücher. Dieses erscheint am 3. Dezember genauso wie das auch. Also der erscheint wahrscheinlich diese komplette Reihe. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob die nochmal aufgelegt wurde. Dann haben wir von Corinna Mell Marienfelder. Die Anfänge der Bundesrepublik Deutschland. Und zugleich die Geschichte unserer Mütter und Großmütter. Für alle, die es interessiert, dieses Buch erscheint am 11. Januar. Dann haben wir Steve Mosby. Hölle auf Erden ist wieder ein Thriller und erscheint am 11. Januar. Dann haben wir Michael Connelly. Ehrensache ist auch ein Thriller. Erscheint am 1. Februar. Dann haben wir Hihana Kent. Wo drei Flüsse sich kreuzen. Und dieses Buch erscheint am 1. Februar. Dann haben wir Manu Chaus. Die grüne Ende. Ein zauberhaft verspielter Roman über einen Aufbruch aus dem Alltag. Und die Kunst, dem Leben einen neuen Dreh zu geben. Erscheint am 1. Februar. Klingt eigentlich auch irgendwie ganz interessant. Dann haben wir ein neues Buch von Veit Edzold. Staatsfeind ist auch ein Thriller und erscheint am 1. März. Dann haben wir von Ian Reid. Enemy ist ein Psycho-Thriller und erscheint am 1. Februar 2019. Dann haben wir von Alison Jean Lester. Jillian, das Leben und die Männer ist ein Roman, eine pointierte Zeitreise durch die Welt. Also eher was Lustiges erscheint am 1. März. Dann haben wir von Catalina Ferreira oder Ferreira oder was auch immer, spanischer Totentanz, ein Barcelona-Krimi, erscheint am 1. März 2019. Und damit wären wir dann hier auch am Ende. Es war jetzt zum Ende hin alles ein bisschen holprig. Ich glaube, ich muss auch hier ziemlich viel schneiden am Ende, weil das immer wieder gehangen hat jetzt zwischendurch. Und ja, das war jetzt die Vorschau von Drömer, Knauer und Fischer. Wie gesagt, Oettinger hat leider noch keine neue Vorschau, deswegen lasse ich die jetzt einfach mal weg. Und ja, eine Vorschau gibt es dann noch. Und zwar geht es dann beim nächsten Mal noch um Löwe, Arena und Ravensburger. Und dann sind wir auch am Ende meiner kleinen Verlagsvorschauen-Reihe angekommen. Und ja, ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss!